Hallo zusammen, hier ist wieder Deutscher Lager und heute bin ich wieder für euch in Battle for Essendon unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Hackerordnung und für diesen müssen wir Highhappen sein Lieblingsessen in Freihafen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch servieren. Und dazu müssen wir drei Sachen anklicken. Und das erste, das wir anklicken müssen, befindet sich hier vor dem Nest. Das hat hier ein Kollege bei mir in der Gruppe gerade schon gemacht. Es ist aber egal, es muss nur irgendwer anklicken, ihr bekommt alle den Erfolg, egal wer es macht. Es ist nämlich dann halt weg, wenn ihr es einmal angeklickt habt. Also quasi beim ersten Boss direkt am Nest dran. Das zweite Item, da müsst ihr hier so ein bisschen den Weg laufen, hier nach oben, den ihr sonst nicht lauft. Deswegen habe ich das jetzt hier ein bisschen beschleunigt, weil hier arsch viel Trash ist, den man sonst eigentlich nie sieht und nie machen muss. Also man läuft quasi über die Brücke rüber zum zweiten Boss und dann geht man nicht nach rechts unten, sondern läuft diese Treppe hoch und dann noch weitere Treppen muss x Wellen an Trash umhauen. Und wenn man hier ganz oben angelangt ist, dann ist hier oben an dem Steg, da liegt so ein Mehlsack und den klickt man einfach an und hat das zweite Item quasi. Und ja, der verschwindet dann dementsprechend auch wieder. Das letzte Item, das wir brauchen, ist nach dem dritten Boss. Und zwar hat der gerade diese Arena gesehen und dann läuft der einfach hinten raus und an der Schmiede vorbei. Und dann haben wir hier noch so ein Item, das klickt ihr an und tada, da ist das Achievement. Obwohl ich nicht alle Items quasi selbst angeklickt habe, zählt es trotzdem. Also sprich, muss das einer einfach aus der Dungeon-Gruppe machen. Ja, das war es mit dem Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig helfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und über, ja, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.